Das war schon die neuesten News. Nee, interessiert mich auch nicht. Gut, aber das Wichtigste für unseren Bereich ist ja, dass immer noch bis zum 31.8. Großveranstaltung mindestens nicht genehmigt wird. Ich hatte ja auch gesagt, du sollst im Kalender alle Termine, die für dieses Jahr geplant waren, drin lassen, damit man weiß, wo ich gewesen wäre. Und darunter schreiben, verschoben, auf. Ja, das habe ich nicht vergessen, HP, nur aufgrund der... Weil bei mir ist einfach alles gelöscht. Ich habe mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße, wenn da wirklich richtig Sound wäre und das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autos, dann würde ich sagen, okay. Aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage. Also ich würde niemals in einem Autokino spielen. Was hast du denn da stehen? Ich darf mal gucken. Ja, das geht so schnell. Lyrical, miracle, why them call me... Bim Bam. Warte mal. Ah, okay. Brauchst du noch kurz. Wenn wir jetzt... When we on the mic... Nein, when me on the mic. When me on the mic, pardon. Und im nächsten Satz nicht auf Mike reimen, sondern ein neues Wort hinzufügen. Sag mal irgendein Wort, Michael, auf Englisch. Irgendein Wort? Ja, irgendeins. Sophisticated. Ja, sophisticated meat hat. Sophisticated meat hat, that's what she said. I couldn't beat that, gotta, gotta, get, get. My cover! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Musik Musik Let's just start Ich wache morgens auf. Scheiße, ist ja jetzt Corona-Krise. Was sollen wir machen? Ich räume die Bude auf. Wir können am Album arbeiten. Wir haben unsere Wondering Star immer gedrückt. Wir dachten auch immer, das wäre ein Joke. Ich habe mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße. Ich würde niemals in einem Autokino spielen. Wenn da wirklich richtig Sound wäre. Das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autos. Aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage. Are you ready for the sound of Scooters? Jawohl. Da war er schon Diktator. Backstage gelten die Scooter-Gesetze. Wenn der H.P. Bartzmann ausruft, dann müssen halt alle mitkommen. Das ist halt die Jugend von heute, die können das nicht mehr so ab. Wir sind vielleicht nicht die begnadeten Songwriter. Wir haben halt andere Talente, Sachen zu remixen. Was mir immer wichtig war, immer so einen Witz reinzubringen, als sei es etwas ganz Bedeutsames und in Wirklichkeit ist es Nonsens. Das geht so schnell. Lyrical, Miracle, Why Them Call Me... Bim Bam. Wenn jemand auf mich zukam, wusste ich nie genau, ist das ein Fan oder macht der gleich einen blöden Spruch. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. 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 Wanna fünf? Ja. Leise. Leise. Im supper. Im스를 Hal. Kaasyi. Vielen Dank.